Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkessel Küche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch wieder mal ein Rezept aus der Kategorie Asiatisch ist Toll. Denn wir machen heute ein Asia Gemüse Süß-Sauer. Das kann man sicherlich als Hauptgang auch nehmen, aber auch klar als Beilage. Man kann es mit Reis essen, man kann es ohne Reis essen, man kann das zu Fleisch essen, so gebratenem Mähnchenfleisch, was auch immer. Ich habe euch die Zutaten hier alle schon mal vorbereitet und wie wir das jetzt kochen, das zeige ich euch jetzt. Bei keinem asiatischen Gemüse dürfen natürlich Zwiebeln und Knoblauch fehlen. Deswegen haben wir hier zwei Zwiebeln die ich schon mal halbiert habe und eine relativ große zähe Knoblauch. Das kommt jetzt in unseren Topf und ihr könnt es euch denken, wird jetzt zerkleinert. Auf Stufe 5 für 5 Sekunden. Wir müssen das ganze jetzt mit dem Spatel nochmal nach unten schieben und dann kommen auch schon unsere nächsten Zutaten dazu und die sind wie folgt. Wir haben hier 600 Gramm passierte Tomaten. Die kann man ja in der Packung kaufen, könnte auch selber passieren, wenn ihr das wollt. Ich kaufe die immer in der Packung. Dann haben wir hier Baby Mais. Den haben wir schon in mundgerechte Stücke geschnitten. Das sind 200 Gramm 195. Ich finde den klasse. Ich mag das total gerne. Dann haben wir Zuckerschoten. Die haben wir halbiert. Die kommen ebenfalls hier rein. Eine Dose Sojasprossen. Das hier sind jetzt Sojasprossen Keimlinge. Das erkennt ihr daran, dass hier unten halt eben schon so ein Keim dran ist. Die sind immer ein bisschen nussiger als die normalen Sojasprossen. Ich mag die total gerne. Dann einen guten Teelöffel hier von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Ihr könnt natürlich auch einen Brühwürfel nehmen. So dann brauchen wir noch eine rote Paprika und das war es eigentlich schon an den großen festen Zutaten. Jetzt kommt noch Sesamöl dazu und zwar nehmen wir hier 10 Gramm. Noch ein bisschen. Wunderbar. Und dann nochmal 10 Gramm Ruscha Soße. Also die Oma hat früher immer gesagt oh Scheiße. Aber wir wissen alles heißt Ruscha Soße. 10 Gramm. Waage geh an. Zack. Ach Gott da ist jetzt so ein Spritzding drin. Das kann dauern. So. Wer halte ich? Bisschen Salz. Etwa einen Teelöffel. Ein wenig Pfeffer. Und das war es auch schon. Das Ganze wird jetzt im Thermomix 15 Minuten im Linkslauf mit 100 Grad erhitzt. Und dann ist es auch schon fertig. Linkslauf machen wir natürlich Stufe 1. 100 Grad 15 Minuten. Bis gleich. Es klingelt. Die Essensglocke. Ich bin sehr gespannt. Also riechen tut es schon mal fantastisch. Ja hier nochmal der Hinweis an alle Erfinder draußen. Macht doch mal sowas wie ein Geruchs-Internet. Damit ich euch zu Hause auch vermitteln kann wie gut das hier riecht. Ich bin nur gespannt ob es auch genauso gut schmeckt. Ja es sieht aus wie asiatisches Gemüse süß-sauer. So wie es aussehen muss. Und ich nehme mir da jetzt einfach mal so eine kleine Probierportion direkt hier aus dem Kessel. Und gucken wir mal. Vielleicht muss man das auch noch ein bisschen abschmecken. Aber ich glaube muss man nicht. Muss man nicht. Es ist süß-sauer. Teilweise es ist ein bisschen mehr sauer als süß. Vielleicht kann man da irgendwie auch noch ein bisschen Honig rein machen oder vielleicht auch ein bisschen Zucker. Würde ich aber nicht. Ich mag das so. Und wie gesagt wem es nicht süß genug ist, der kann das natürlich gerne tun. Aber das Gemüse aufkommt dann sprechen. Das Gemüse ist durch. Aber immer noch bissfest. Zumindest der Mais jetzt. Die Zuckerschoten haben genau den Biss, weil wenn die durchgekocht sind ja dann brauchst du eigentlich auch keine Zuckerschoten rein zu machen. Die müssen knackig sein und das sind die gekochte Paprika ebenfalls. Mal kurz probieren. Perfekt. Gibt von mir 1, 2, einen angeschnittenen also 2 Daumen nach oben. Für dieses Rezept. Wie gesagt könnt ihr Reis dazu machen. Ja passt mit Sicherheit sehr sehr gut. Oder auch Hühnchen anbraten, Schwein was auch immer mit Sesamöl, ein bisschen vielleicht mit Kruste. Könnt ihr schauen auch in unserem Forum. Da haben wir jede Menge weitere tolle asiatische Rezepte. Das hier kommt auf jeden Fall auf meine muss ich unbedingt zu Hause nochmal kochen Liste. Und ich hoffe auch auf eure. Und was auch unbedingt auf eure Liste sollte. Zumindest auf eure YouTube Abonnement Liste ist dieser Kanal. Hier ist der Schalter. Da ist das Glöckchen. Anklicken, denn dann bekommt ihr jede Woche tolle neue Rezepte. Ihr verpasst nichts mehr hier aus der Wunderkessel Küche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich von euch zu lesen. Sage bis zum nächsten Mal Tschüss und guten Appetit. Ausường Ausdbe Zaja Ausdbeеп multit感